Willkommen zu Star Citizen. Ich möchte heute meine Origin 325A in meine Carrack einladen. Und ja, ich weiß, dass es eigentlich nicht passt, aber ich will es trotzdem versuchen. Getreu dem Motto von CIG, die ja sagen, wenn es passt, dann passt es. Und ich sag halt, ich muss gar nicht oben die Hangartore schließen. Auch mit offenen Toren, wenn ich fliegen kann, wird es mir ausreichen. Und das möchte ich gerne mal ausprobieren, ob das irgendwie von den Maßen überhaupt passt. Und oben den Deckel lasse ich gerne auf. Wir sind hier im Orbit von Hurston. Und ich hatte die Carrack ein bisschen außerhalb geparkt. Ich hatte oben schon das Hangartor geöffnet und das schon soweit vorbereitet. Das muss ich gerade schauen. Jedenfalls vom Anblick ist es schon mal schön. So, schalte ich mal wieder um. Farblich passen sie auch gut zusammen. Sollte ich mich von der Größe so verschätzt haben, werden wir gleich sehen. Der Wunsch ist vielleicht ein bisschen schräg rein. Passt irgendwie gar nicht. Ist irgendwie... Schade, der Wunsch ist wieder mehr Vater des Gedankens. Ja, das ist nix. Das wird nix. Die Flügel, die sind einfach zu breit. 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 Ja, schön ist nicht, ne? Oh, was machst du? Ja, da fliegt sie dahin. Sie hat also gar keinen Kontakt auf der Grid der Landeplattform bekommen und ist halt dann gleich wieder weggeschwebt. Das war wohl ein Satz mit x. Schade. Aber man versucht es halt immer wieder, ne? Ja, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hat es euch etwas amüsiert und würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke.